2 1 Oioioi Was kann man mit dem Freund, euer Jason und seid zu herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars Heute ist Tag 14 und mit dabei ist der André, nur in Skype, hallo Hallo So, ähm, ich will mit dir heute ein bisschen über das Gewinnspiel reden Ja, ähm, also wir werden, wie lange werden wir... Was weiß ich, vielleicht 100 Jahren und du willst darüber reden und dann, äh, wenn das schon längst vorbei ist Äh, geil, geil, stimmt Ähm, ja, geil So, ähm, ja gut, in 100 Jahren oder in 2 Wochen ungefähr Ja, doch Ja, und du weißt, dass du dich nicht regelmäßig hochleitschst So, deswegen was anderes Okay, ähm, lasst du wohl mit Mairou reden Das ist noch viel zu lang hin, wir wissen ja noch nicht mal, ob das überhaupt noch anfängt Aber, wer, ich, die wollen, die Leute wollen Mairou sehen Das hat einmal der Mairou, ein Typ da gesehen, der will Mairou sehen Ja, und wir haben kein, keine Bilder mehr Doch, da kann man, ich bin gut mit Aspen befreundet oder so Ja, der geklaute Bilder nimmt Ja, der geklaute Bilder nimmt Und die Zahl ist anders Sonst war es genau das gleiche Bild Gut, die Skins waren auch noch anders Aber sonst ist es genau das gleiche Bild Ich würde mal fragen, was für ein Programm der nimmt Ich würde mal fragen, was für ein Programm der nimmt Ich würde mal fragen, was für ein Programm zu tun Als da in Konversation zu löschen Alles klar Spongebots Spongebots Will mich unbedingt in eine Party einladen Tust du aber nicht So nötig So nötig Schön, schön schön. Was schreibst du denn schon wieder dauernd? Sagt. Oh Mann. Wenn man einmal was schreibt, würde man was schreibt, wenn man da reinjuckt. Ja, weil das nervt in den Folgen, haben doch Leute gesagt. Aber? Ja, das nervt, wenn man damit schreibt und wenn man immer schreibt. Ich hab gerade einmal was geschrieben. Was ist mit dir los? Ich schmeck mich nicht lieber. Oh Mann, mir geht das auch nicht schlecht. Doch. Weil du alleine bist. Ich schmeck mich jetzt morgen. Ja. Nein. Nein. Das hat mir gemacht. Was will denn Spongeboss, Alter? Ja, lass ihn doch, Alter. Schick mir sofort mal eine Party-Anfrage hier. Dass die vier kann nachzudenken. Mit wie gerade. ich ich auch war sponsor ist fabio Ich hab doch gesagt, dass der Ali-Gameplayer nicht der It's Gaming-Dev ist. Natürlich. Nein. Doch, doch. Der Ali-Gameplayer ist der Fabio und der It's Gaming-Dings ist der Joshua oder wie der heißt. Echt jetzt? Ja, klar. Ne. Doch, wie bist du eigentlich dumm, das so? Fabio ist Fabio's Standfuß. Fabio ist Fabio's Standfuß, das ist der Ali-Gameplayer da auf YouTube. Alres, Hannah, starken Götteler. Ah, das ist die. Ja, ja, das ist die. Nice, nice, nice. Guck, ich hab den Beweis. Ich hab grad so ins Gaming-Dev geschrieben, äh, ins Gaming-Dev geschrieben, äh, ins Gaming-Dev geschrieben, wie heißt du auf YouTube, wie heißt du auf YouTube, der so, der Al-Gameplayer, wieso? Neee. Doch. Nein. Aber der Fabio, dann hat der Fabio, den, 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 den gibt's auch, aber ich weiß nicht, wie der heißt hier auf YouTube. Leute, ich füge euch mal an dieser Stelle die Zähne hinzu. Ich verarsche, Alter. Ich nehm mich jetzt hier mit OBS auf, Alter, ich verarsche. Hm. Okay. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich mit It's Gaming-Dev in der Folge öffnen kann. Nee, 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 dann warst du's mit dir und dem Kanal. Äh, nein. Doch. Nee, ich nehm mit dem öfter drauf. Ja, und die löscht nicht alle. Aber. Ganz ehrlich, hast du dir mal die Folge angehört, wo der dabei ist? Und jetzt sag nicht ja. Weil, ganz ehrlich, du redest noch normal und der, iiiiiiii, so. Oh, ist so richtig hoch, das regt sowas von auf, die kannst du nicht anhören, ne. Echt nicht. Ja, für wirklich, die kannst du echt nicht anhören. Natürlich kann man die anhören. Nee. Nee. Das ist schlimm. Oh, ich hab ihn getötet. Scheiße, baubau, baubau. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein, 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 nie, nein, nein, Mann. Nein! Nein! Bawau, boau, boau, nein! Ja. Ja. Mann. Ich würde auch nicht wieder gehen. Alles klar? Ja, wenn es du machst, würde ich auch machen. Morgen bis 11 Uhr Schule ist richtig nice. Ja. Das hört man jetzt. Zwei Monate später dann. Ja. So, jetzt fang. Was wollte ich sagen? Ich habe keinen Bock auf Training. Was? Ich habe keinen Bock auf Training. Ich habe keinen Bock auf Training. Ich habe keinen Bock auf Training. Ja. Warte, warte. Hat er Skype? Ja, klar. Ja. Oder eher gesagt, du nimmst auf, weil du machst das. Ich kann ja mal einen Gastauftritt bei euch machen. Ja. Da habe ich geschrieben. Äh. Äh. Aber schon mit mir, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja, mit uns halt. Aber halt nur Minecraft. Hat er halt gehört. Ja. Ja. Hat er es. Ja. Schreib mal, wie du aufs Gart heißt. Ja. Hab ich das. Haben wir noch schon geschrieben. Der muss nur noch mal annehmen. Ja. Wie annehmen? Ja, wie heißt der? Weiß ich doch nicht. Ja, guck mal. Der muss schicken wir. Ich hätte da heute meinen Namen wissen. Aber der hat noch nicht eine Anfrage getan. Mit meinem Herr Gulke. Hast du das jetzt eigentlich mal angehört? Nee. So eine Pfeife. Wer wird Millionär, Franz Beckenbauer? Dann schick ich dir den Link. Oi 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 oi. Der Gulke ist doof. Das ist egal. Übrigens hat Maurice dein Video kommentiert. Äh, dein Bild kommentiert. Welches? Ja, dein Bild, wo du vor einer Stunde getan hast. Wo ich heute untergeschrieben hab. Was hast du geschrieben? Sexy der Kerle. Okay. Aber... Ja. Jetzt schreib ich dem Arsch. Na, hör auf! Hör auf, weh! Darf. Darf. Was antwortest du dem? Ja klar. Mit Arsch. Wir haben hier noch Spaß gemacht. Deiner Länchen war so wie eine Scheiße gehabt. Die Jelangen sind frei Tu es mal als gescheites Mal reden und ich in so einen Schrott Maurice und André haben in der Bild kommentiert Haben wir sehr viel Gurke und der Gurke ist doof Dummi Brot Dann ist diese Frage wie auf sie zugeschnitten Busfahrer 2003 wurde von Wolfsang getypt Busfahrer 2003 wurde von Wolfsang getypt Busfahrer 2003 wurde von Wolfsang getypt Wolfsang getypt Wolfsang getypt Wolfsang getypt Wolfsang getypt Wolfsang getypt Nein! Nein! Das gibt's nicht Ach du Scheiße, was mach ich denn? Am Arsch! Mach doch auf! Uff, da ist einer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Ach du Scheiße! 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 Oh ja ja ja! Wir sehen uns bei der nächsten Folge! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße!